Wie du es erwartest. Współpraca w Księgę Niespisanych Opowieści W kolejnych odcinkach Wilbur postanowił wyruszyć w świat za pomocą czegoś takiego, co przypominało rakietę. A nasz Gremlin, który wie o broni, która pomoże nam zwyciężyć wojnę, został złapany przez tą wiedźmę królową tam złą. I to wszystko. A nasza elfka Iwo ma znaleźć tutaj w jego domu księgę. Pewnie tytułową Księgę Niespisanych Opowieści. I zanieść ją do... Właśnie jak to miasto się nazywało? Kamień Morski? Jakoś tak. Czemu ona się na mnie patrzy? To jest takie przerażające. Dobra, otwórzmy tego szafa, który wygląda jak karka przymierza. Karka przymierza. Karka przymierza jest włożona w karku. Karka przymierza wygląda bardzo narażna. Może być jedna z tych kontainerów. Karka przymierza jest złożona... Co może się skrywa? Złożona, czy? Złożona. Hmm... Czy to ja? Czy to jest tutaj dużo warna? Karka przymierza jest złożona. Karka przymierza jest złożona. Karka przymierza jest złożona. Nie mam zauważy, co jeszcze może być. Nie mam zauważy. Nie mogę zauważyć się do góry. Nie mogę zauważyć się do góry. Karka przymierza jest złożona. Nie mogę zauważyć się do góry. Nie mogę zauważyć się do góry. Nie mogę zauważyć się do góry. Karka przymierza się złożona. Chcemy jeszcze złożyć się do góry. Który są złożona. Zobaczmy. Kto złożył złożona się do góry? Kto jest złożona? Kto jest złożona? Kto jest złożona? Wtedy wytrzę. Nie ma się złożona. Kto wytrzę? Kto to było? Oh no, I discovered the answer in an old book. He must mean the book that was hidden in the cellar, in which the information about the artefacts' whereabouts is written. Hmm, the notes end mid-sentence. I wonder why I haven't heard anything from Archmage Alistair yet. I sent Beetle out with a message for him yesterday morning. I hope nothing has... That was the last entry. There are others before it. What's this at the beginning of this page? Today I have been examining the books that I bought back from the Grindel Mountains. Amongst them was a book about herbs and tinctures. An old herbalist was adamant that I would find a recipe to cure my cold feet in it. What a disappointment though. Just superstitious nonsense about frog eyes and wool socks. I was just about to burn the book when I noticed that the volume contained other things. A disturbing tale of a tragic relationship between a magician and his pet sheep, Boris, as well as a travel log written by a fairy explorer. The travel log described how the explorer landed on an island in the West Seas while searching for undiscovered fairy tribes. He created several very beautiful sketches of the temple ruins that can be found on that island. I will use these to entertain myself and translate the runes he drew. The next entry was made two days later. It's only barely legible. The gremlin appears to have been very excited. It must be the entrance. The wrath of the gods caused the temple to sink into the ocean, of course. But not all. Not all. Ye gods, my hands are still shaking despite the fact that Beetle made me a calming herbal tea before he left. Good old Beetle. He has obviously got no clue how significant my discovery is. I have sent him to Master Alistair, the Archmage of the Humans. He is to hand him a sealed letter. Tomorrow. Tomorrow Master Alistair will arrive. And I can unburden myself of this terrible responsibility. I will not be able to sleep a wink. And next there's the last entry that I read out before. There's nothing else there. There's nothing more there of interest to me. A little wooden box. Doesn't look like an antique or anything particularly valuable. It has beautiful workmanship though. It's locked. I think these are all the things that the professor uses on his digs. A brush, a little shovel, a sieve. I'll take the sieve. The rest looks pretty useless. Books, books and more books. Most are ancient tomes. They appear to be written in just about every language. The book that MacGuffin told me about is hidden in the cellar. These books aren't of interest. Aha. Stare dokumenty. Hmm. Old parchment and yellowing papers. Filled with texts in many different foreign languages. Adonation Western, Quenya and Sindarin. And technical drawings in Kuzdol. A strange stone head. It's been roughly hewn, but has a few fine embellishments. Perhaps a memento from one of the professor's expedition. It looks like a very ancient sarcophagus. Oh, strange. There are hinges on it, just like a door. A little bit more. Just a stinky mummy. Hmm. What have we here? What are you doing, Mortimer? What the... Du, ähm... Du sprachst? Äh... Du sprachst? Ich? Nein! Well, äh... Ja, du bist, ganz klar. Was ist klar? Du kannst und du sprachst. Aber natürlich. Du hast nur gesagt, du bist nicht. Warum bist du so strange, Mortimer? Ich... Ich bin nicht Mortimer. Wo ist Mortimer? Das heißt MacGuffin, der Gremlin-archeologer, der hier ist, oder? Was? Mortimer. Ja? Du bist wie Mortimer? Nein, natürlich nicht. Ich denke, dass wir mit dieser Gespräch haben. Ich denke, dass du langsam verloren hast, Mortimer. Es ist so sehr trug. Außerwärtef... Aber du bist. Du hast nicht gern einen Begriff. Der Träger Spann. Du hast keine saudz. Du hast nicht erst. Du hast nicht gemacht. Ich habe eine Tarche, eine Mieche und eine Standard-Wyposażenie von Zelden. Typischer Bachelor. Alles in einer Schraubung. Pläte, Pfote, Schraubung, schraubung mit einer Schraubung und Kohle. Die Flöte? Oh, schade. Eine Kniezäurende Kniezäurende Wasser. Oh, gut. Das hat Professor's Geflöte. Schroze Kniezäure, Schroze Kniezäure, Rzeczne Kniezäure. Es sieht aus der Basis für eine Statue. Es ist aus der Stau und ist mit strange Charaktere. Es gibt eine 6-Sidee indentation auf der Basis. Vielleicht ein Stau für eine Statue. Die Tasche ist in der Bremse mit gutem Sand. Ich habe keine Ahnung, was noch da drin ist. Ich kann das gar nicht durch den Sand mit meiner Hand. Da ist etwas drin. Eine kleine Brasse Kugel. Das Krzynki The ghost in the machine is wise to all the secrets of this house That's what's written here Hmm, blah blah Pour the fuel into the bowl at the foot of the machine to awaken the ghost Fuel? Ah, here Grind the beans and tip the powder into boiling water Then pour the mixture into the bowl We've already had that bit You'll get the beans from the machine Hmm, strange A machine that's meant to be familiar with all the secrets of the house A carpenter's cup, it looks old To go weź Not really worth a closer look Dlaczego? I'm dead I'm dead Definitely not tidying up here Why hasn't the gremlin's companion sorted this out? A wooden tub, about half full of water Oh, great This... Standard jelly glow fish They're everywhere around here This one here isn't glowing anymore And won't ever again Jelly glow fish love it So good to see you Mortimer A very strange person was here insisting that they were you Das war mir. Mortimer złożyła mnie. Zobaczam na średnich celor. Czy możesz mi powiedzieć, jak mogę w ten celor? W ten celor? Oczywiście. A gdzie jest ten celor? Jak ten celor? Coś? Coś? Znaczyłeś, Mortimer. Tak, tak. O, jak rzucamy. Znaczyłeś, Mortimer. No to jest świetnie. Cześć Mortimer. Tak, teraz słuchaj. Muszę znaleźć ten celor. I myślę, że możesz mi pomóc. Tak, proszę, zbieraj się razem. Oczywiście. Oczywiście. Dobrze. Teraz, mam kilka pytań dla Ciebie. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest celorza i jak ją otrzymać? Znaczyłeś, Mortimer. Tak, dokładnie. Tak, pomóc mi tutaj. Jak otrzymę tę celorą? Jakie celorą? Tak, celorą? To jest wczoraj zabrażającym. Co? To. A celorą celor na celor. Jak mogę otrzymać? Znaczyłeś z tego... ...tym... 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 ...dysapierasz gdzieś. No nie. No nie. No nie. Oczywiście nie. Jeśli mówisz. Mortimer został zabrażony. I chciałam go zresztą. ... 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 Oh nein! The lid opened and Mortimer was there. I've been with him ever since. Well, as things look right now, Mortimer's not going to be here to chat for some time. We do not chat. We discuss, we deliberate, we debate, we chat. But we would never go skiing. Huh? Why? Do you really want to go skiing? I don't want to go skiing. Hmm, what is skiing? No idea. Did you have an accident in a bandage factory? No, I'm a mummy. Don't mummies have their brains pulled out via their noses during the mummification process? I don't think so. No, I do. I've had enough. Bye! Bye! Ich würde sagen, dass das eine sehr einfache Schraube ist. Die Schraube wird in die Schraube von oben und dann die Schraube. Die Schraube kommt dann aus der Seite. Ich würde sagen, dass es ein ganz grundsätzliches Schraub ist. Schraub wird in die Schraub und dann schraubt die Schraub. Die Schraub kommt dann aus der Seite. Das ist ein Schraub. Keine Weise, dass MacGuffin durch den Winter so klein wird. Das ist nicht auch im Schraub. Drei müssen genug sein. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist klein, sogar von Gremlins. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Ein Schraub. Kann備 wird wieder Kollos oder etwasre. Echt nach wenn's natürlich eine Draub Der Wiedra ist auf der Windless. Sie sieht nicht besonders stark. Hm, das war einfach einfach. Der Wiedra ist und der Wiedra ist wahrscheinlich auf der Wiedra, wo es kein Wiedra gibt. Das muss auf der Wiedra. Wir geben ihm eine Wiedra. Es funktioniert. Das bedeutet, dass ich eine Gremlin-Watering-Kan mit einer Wiedra. Das ist eine Wiedra. Das ist eine Wiedra mit einer Wiedra mit einer Wiedra zu stecken. Das ist eine Wiedra. Das ist nicht besonders gut geachtet. Wahrscheinlich MacGuffin spendet viel Zeit in seinen Büchern und nicht genug Zeit in seinem Dorf. Das ist eine Wiedra. Das ist eine Wiedra mit einer Wiedra. Aber das hat hat etwas zu tun. Das ist eine Wiedra, die nicht schrecklich 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 ist sicherlich keine Wiedra. Das ist eine Wiedra. In der Wiedra. Da ist eine Wiedra. Man kann schon etwas davon ab protesen Sie eine Wiedra. Das soll das nicht aus dem Angeäischen-Wiedra. Das ist sehr schwer 안녕 und hat Attacken. Das kann man durch die Wiedra bebisch sein. Als sie gehen werden, werden sie für wenige Stunden verbringern. Es wäre besser, um das Feuer zuerst. Dann wird das Wasser nicht in der Weg. Das ist verrückt, jemand hat einen Schotter in den kleinen Schotter in den kleinen Schotter. Es sieht, dass Schotter kann sich öffnen. Es ist ziemlich großartig. Der Schotter ist nur ein paar Meter in dieser Region. Wahrscheinlich der Schotter ist nicht sehr tief. Ich habe keinen Schotter in der Schotter. Es gibt eine Schotter in der Schotter. Hmm, das könnte ein Schotter in der Schotter. Das kommt mit mir. Wahrscheinlich der Professor wollte die Schotter aus der Schotter. Ich kann nicht nur ein Schotter in die Schotter mit einer Schotter. Ich brauche etwas, das leicht ist, um die Schotter zu beginnen. Ich kann nicht nur ein Schotter. Es sind wie schotter. Ich kann nicht nur ein Schotter. Ich werde sie nicht verraten. Was? Was? Mal sehen. Wierze zainteresować. Wierze zainteresować. Wierze zainteresować. Dlaczego nie stracuje Cię? Tak, z pewnością. A jak? Normalnie jesteś pierwszym, aby zainteresować. Czy wierze zainteresować? Nie. Nie, to nie zostało zainteresować. Nie, to zostało zainteresować. Nie, to zostało zainteresować w samym zainteresowaniu. Nie, nie mam żadnego świata. To musi być coś, czego nie ma się zainteresować. Coś, czego nie ma się odwiedza. To będzie w książce Gremlins. Właśnie w tym roku. Właśnie miałam to. Na szczęście, młoda. Nie się nie zainteresować. Nie ma się. Nie ma się. Tu gdzieś musi jeszcze coś być. Tu gdzieś musi jeszcze coś być. Pixel hunting. Ale muzyka jest piękna. Ale muzyka jest piękna. Nie mogę zainteresować z mojej ręki. Jest bardzo dęka i ma zainteresować. Przyznamy się to, że nie ma się. Boże truth. Nie ma się zainteresować. Nie ma się, że tym nie ma być. Nie ma się. Nie ma się metre. Nie ma się, że są pewny, ale to jest dziwne. Nie ma się, że jest zainteresowanych. Das ist eine gewisse Struktur. Und so wie das ganze Haus, ziemlich wunderschön. Es sieht nicht, wie es dauert lange. Das wäre ein Schmuck-Mirror-Frame. Es gibt immer noch ein paar Börse von der alten Börse, um die Börse zu sehen. Der Börse ist so wie es reflektiert das Feuerplatz. Das ist verrückt. Nicht so gut wie ein realer Börse, aber ich kann sehen meine reflektion. Sieht gut, wie immer. Ich kann nur mich selbst sehen und eine Karte der room in der Improvised Mirror. Was ist das? Eine Karte mit einem typischen Augen. Sieht sich direkt vor der Gable. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Was ist das? Ich habe keine Ahnung... Sieht nicht. Sieht nicht. Anfänger. Er ist einstenswertes Sto und hier ist eine klebe Schöne. Es hat etwas wie ein Knob auf dem Topf. Mal sehen. Wie schön ist es? Es passt perfekt. Ich frage mich, ob ich... Wie schön ist es. Oh, das muss ich sein. Oh, das muss ich sein. Das muss ich sein. Das Wettbewerb auf der Basis muss sein. Die Statue hat kleine Schmerzen in seiner Knochen. Und es scheint, dass die Knochen sich öffnen könnte. Hallo? Du bist da? Ghost? Gib mir die Bühne für deine Draft. Oh, der der Bühne in der Maschine. Gib mir die Bühne für deine leuchtige Draft. Wir schauen uns das so. Wenn du mir die Bühne nicht, dann werde ich nicht die Bühne vorbereiten. Und das wird nicht von jedem. Warum ist die Knochen? Wenn es funktioniert, dann... Das, das muss ich mir die Bühne in der Maschine ziehen. Wenn du mir die Bühne wird... Es funktioniert. Scheife haben mit dem Bühne nicht zu schronnen. Echt. Das ist das. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020